Hallo und willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Let's Play. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ein paar mehr dieser Art zu machen und habe mir deswegen sechs verschiedene schon mal runtergeladen, um dann in den nächsten Tagen bewusst mehr von den Spielen hochzuladen, mit denen ich auch ursprünglich auf YouTube angefangen habe. Sanitorium, super. Ich werde das jetzt auch nicht groß vorlesen. Da ja jeder auch unterschiedlich schnell liest, würde man sich dann wahrscheinlich auch nur beim Lesen und Zuhören in die Quere kommen. Ich möchte raus. Das möchte ich auch. Was kannst du sehen auf diesem Bild? Ähm, ja. Ein Gesicht, Beten oder eine Rose. Ich muss zugeben, das erste, was ich hin habe, ist ein Gesicht. Hier die beiden Augen, die Nase, hier der traurige Mund, Augenbrauen. Gleichzeitig kann man aber auch sehen, dass hier unten, mit das sind die Hände, jemand sitzt, der betet, würde ich sagen. Bei der Rose bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das das insgesamt sein soll. Aber ich bin ehrlich. Also, ein trauriges Gesicht. Eine Krone, ein Schloss oder Hörner. Ich versuche instinktiv nach dem zu gehen, was ich als erstes sehe. Und ich würde sagen, ich habe eine Krone gesehen. Wahrscheinlich eher als ein Schloss. Hörner. Naja. Eine Krone. Oh, ich werde ein König sein. Das ist einmal Feen. Wo sollen die denn sein? Wo sollen das? Okay. Screamin. Papi. Gut. Gesicht könnte hinkommen. Aber das hier sieht aus für mich wie ein schreiender Mund. Deswegen nehmen wir natürlich das, was am besten in ein Horrorspiel passt. Okay. Sehr spontanische Grafik, aber... Gut. Es sind ja oft die nicht so schönen Spiele, die einen wirklich... ...beschäftigen. Da haben sich die Textur dann einfach wieder an die Seite geklatscht. Sind wir dann wieder da drauf? Mein Bett, ich bin aber noch nicht nüge. Mhm. Schloss. Hier ist wahrscheinlich auch so. Ja, lass mich aus! Na, wenn ihr nie. Ich weiß nicht, wer sie ist. Okay. Lass mich rauf! Okay, wenn man das öffnen kann, kann man vielleicht entkommen. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, dass ein Fenster sein soll. Oh, oh! Kann man doch nicht müde sein! Hm. Sieht schon aus, als würde sich da irgendwas bewegen oder öffnen können. Ein Bild sieht anders aus. Was? Gott, es geflackert. Was? Gut, sicheres Gras. Ja, wie kommen wir denn jetzt hier weg? Ah, jetzt konnte ich ins Bett gehen. Na dann! Was ist denn? Sieht schon, hört mich. Sie war... ja. Das erste Opfer! Okay. Okay. Bist du das? Warum ist da überhaupt ein Bild von dem menschlichen Körper? Der... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja genau! Vielleicht von ihr? Das ist nicht die Wahrheit. Muss man das selber vielleicht? Vielleicht? Ja? Wo kann ich denn hier noch was machen? Blödes Mädchen! Was kann man denn hier noch machen? Das ist doch ganz schwer darin überhaupt irgendwas zu erkennen. Los, kleines evil Kind! A bad dream! Genau! Lass uns ins Bett gehen! Ach man! Ach man! Eine Münze! Ich damit vielleicht hier irgendwie was freikratzen? Oder... Tür schmeißen! Wie brauch ich denn eine blöde Münze? Ah! Mit der Münze kann ich an das Gitter! Ach so! Hier liegt eine Ratte! Essen! Oder nicht? Äh! Ja! Essen wir mal! Wie das war's! Ich hab jetzt eine Ratte gegessen und hab rumgekotzt! Was? So was ist da drin gewesen? Pfui! Juhu! Ich kann endlich gehen! Aber... Hm. Wenn da niemand ist... Ist das irgendwie... Hm. Wenn da niemand ist... Ist das irgendwie... ...und fünf Jahre ohne dass da irgendwer ist? Das kann man eigentlich ja nicht so wirklich überleben! Ich bin auf der Straße... Okay... Und jetzt? Werd ich vom Auto überfahren? Oder... Das war's? Hm. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas, irgendein Horror-Schocker oder so. Ah! Tatsächlich! Das war's! Gut! Das war jetzt ein sehr kurzes Spiel! Ich wusste jetzt auch nicht, wie das so ablaufen wird! Für... Was waren das? 20 Megabyte oder so? Kann man sich nicht beklagen! Und wir schauen uns dann einfach das nächste Horrorspiel an! Wir sehen uns! Das war's. Und das war's!